Das ist Lesser Uri 1925, als wir ihn aufnahmen beim Entwerfen einer Studie. Das Wesentliche des Impressionismus wird sofort sichtbar. Statt Struktur oder Wuchs der Bäume sachlich wiederzugeben, deutet er sie als Masse mit breiten Wischern an und dann tupft er unvermittelt die Kutschen hin. Hintereinander stößt er sie gleichsam in den Raum. Typisch für den Zeichenvorgang ist das kurze Stückchen Kohle, das zwischen Zeigefinger und Daumen kaum sichtbar wird. Bald ist diese Fläche gleichmäßig gefüllt, man möchte sagen mit hell und dunkel beschattet. Zum Schluss bekommen die Wagen ihre Lampen und Blinklichter. Auch da ist es nicht das reale Gegenständliche, was er wiedergibt, sondern die illusionistische Wirkung der Lichtreflexer auf den Gegenstand, der damit nicht als solcher, sondern als Träger und Reflektor der Lichter skizziert wird. Denn das Blatt ist eine Vorstudie zu einem Gemälde. Das Blatt ist eine Vorstudie zu einem Gemälde. Und das Blatt ist eine Vorstudie zu einem Gemälde. Untertitelung des ZDF, 2020